Willkommen zurück zum Okita Podcast. Heute sprechen wir über Anna Delvey. Sie ist zurück mit Fußfetzel im Fernsehen bei Dancing with the Stars. Also wirklich auf schlanker denn je, snatched mit krassen Looks und einem super Willenblick. Die kommt die ganze Zeit immer so. Ja, oder macht einen auf Lana Del Rey und läuft so durch Felder und so. Lalalalalala. Ich weiß, OGs unter euch, OOGs, wissen, dass wir, schau mal, über was ich gesprochen habe. Wir haben gesagt, es gibt zwei Teile, es gab nur einen, wir haben uns nie an unser Versprechen gehalten. Nee, aber das ist auch okay, weil ich habe, das war mein erstes Video, das ich geschnitten habe. Das hat so lange gedauert, wir haben ja noch gearbeitet, alles Mögliche. Und ich weiß, ich hatte sogar vor, das noch nachträglich zu schneiden, aber ich habe das Videomaterial nicht mehr gefunden. Das ist leider auch das Problem und die Wahrheit. Wenn ihr aber Bock hättet, einen Deep Dive von uns nochmal zu haben, wo wir dann das, was wir in dem Video besprochen haben, nochmal zusammenfassen, weil da war auch viel Blödsinn drin. Viel zu viel haben wir auch gemacht. Viel zu viel. Dann schreibt das in die Kommentare, weil ich finde, dass ihre Story echt interessant ist. Und vor allem könnten wir da die Frage beantworten, ob es überhaupt okay ist, sie zu feiern. Also das können wir halt so ein bisschen diskutieren. Ihr habt auch gutes Recht, die Person zu feiern oder nicht zu feiern, die ihr wollt. Aber, weil es ist dann halt okay, dass sie so als iconic dargestellt wird, wo sie halt Menschen beraubt hat. Das ist es. Okay, fairerweise mehrheitlich Unternehmen, aber auch Menschen. Ja, echte Menschen. Ansonsten abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Folgt uns auf Instagram und TikTok, wobei Instagram finde ich mir ein bisschen spannender, uns zu folgen, bin ich ganz ehrlich. Und ansonsten, warte, 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 ah ja, den Podcast könnt ihr in ganzer Länge, also wenn ihr nicht bis Samstag auf das zweite Thema warten könnt, könnt ihr das in ganzer Länge hören, auf Spotify, Apple Podcasts, und es gibt es, glaube ich, echt überall. Und bald auch mit Video. Oh, das planen wir. Wir arbeiten daran. Genau, also beim Audio-Podcast. Wer die Netflix-Show Inventing Anna gesehen hat, oder wie gesagt, unseren halben Deep Dive, ist so traurig eigentlich, egal, kennt Anna Delvey, die Hochstaplerin aus New York, The German Arrows, aus Eschweiler. Allein dafür habe ich ganz viel Liebe, bei meiner Eschweiler-Gang. Genau, richtig. Als ich den Diebdäfter was geschütten habe, habe ich auch so Teile von Eschweiler eingeblendet. Das war eigentlich echt funny. Ich meine, Ostern haben wir einen Eschweiler verbracht. Stehen bei deiner griechischen Familie. Wir waren so nah an Anna Delvies. Sorokins Familie. Das stimmt. Ich habe das erste Mal richtig gekifft. Ich war jetzt ja immer so stolz auf sich. Das war richtig. Das ist so running-gegen, so funny. Und mit deinem Bruder. Liebe Grüße an Big Grease. Big Grease. Genau, sie hatte ja damals es ja geschafft, also fast geschafft, aber sie hat es ja gemacht. Also eine Viertelmillion Dollar hat sie ja ergaunert. Aber sie hatte ja versucht, einen zweistelligen Millionenbetrag doch zu bekommen für ihre Anna Delvey Foundation. Stimmt, sie ist ja so kunstbegeistert. Richtig. Und sie war wirklich kurz davor, also sowohl die Serie als auch Artikel suggerieren das halt auch einfach. Und das finde ich ganz, so egal, ob man sie feiert oder nicht, das ist schon krass, was sie gemacht hat. Und vor allem hat sie mir wirklich beigebracht, dass Dreistigkeit im Leben einen wirklich in den Himmel katapultieren. Oder direkt ins Gefängnis. Also wie gesagt, es gibt ja auch Grenzen bei Dreistigkeit. Aber ich habe schon gemerkt, okay, du sollst, wenn du was willst, darum bitten. Ja. Und einfach sagen, ich will das. Ja. Wer gibt mir das? Ich will eine halbe Million Dollar. Wer gibt mir das? Ist das nicht das Konzept von Sugar Daddies eigentlich, wobei, nee, dafür musst du auch was geben. Nee, das ist das Konzept von Law of Attraction eigentlich. Also, dass du halt Dinge manifestieren sollst und halt auch immer über Dinge sprechen sollst. Wie wenn ihr eine Wohnung sucht, sprecht darüber. Marion und ich suchen immer irgendwas, Wohnung oder bei meinem Fall WG. Ich suche immer irgendwo. F.Y. falls jemand mit mir wohnen will in Köln. Ihr habt hier die Chance. Ich meine es ernst, nix, ja. Aber okay. So, zurück zu Anna Delvey. Sie wurde allerdings 2017 in New York wegen Betrugs verhaftet und 2019 zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt, kam aber wegen guter Führung 2021 raus. Das Problem ist, sie hat gar keine Aufenthaltsgenehmigung. weil sie, also vor allem, ich weiß gar nicht, wie sie es irgendwie vorher gemacht hat. Das müsste ich mir nochmal angucken. Können wir für den Diebdive nochmal angucken, wie die das genau hingekriegt hat. Die, also die amerikanische Polizei und Zollbehörde ICE hat sie dann halt dann gesnatcht einen Monat nach ihrer Freilassung. Sie kamen zwar gegen eine Kaution von 10.000 Dollar, also frei im Sinne von, sie durfte ihre Zeit im Hausarrest verbringen. Eigentlich auch voll privilegiert, aber okay. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viele Leute dieses Privileg nicht haben, die von ICE gesnatcht werden, aber gut. Sie hat gegen den Beschluss des Landes ausgewiesen zu werden, Berufung eingelegt und wartet bis heute auf eine Entscheidung. Also es zieht sich halt schon echt lange. Das ist immer noch nicht. Deswegen hat sie die Fußfessel ja noch an. Und da habe ich wiederum vielleicht so ein bisschen verstanden, so ja okay, warum lässt man denn Leute, also die ist 2024, drei Jahre warten, bis man ihr sagt, du darfst jetzt bleiben oder nicht. Ja, schon krass. Denke ich auch so, ja okay gut, chill, aber gut. Demokratie, ne? Genau richtig. Wie auch immer hat sie es geschafft, dass sie New York verlassen darf. Hausarrest, not for me. Und sie durfte nach Los Angeles reisen, weil da musste sie hin für Dancing with the Stars. Richtig, richtig krass. Ist auch so weird, dass sie wirklich bei Dancing with the Stars ist. Ja. Ist absurd. Voll. Vor allem, das ist, wir kennen ja auch Let's Dance so bei uns. Das ist so, als ob man jetzt Michael Wendler bei Dancing with the Stars rüberholen würde. In den USA würden die das aber machen, weil die kennen halt gutes Fernsehen. Nein, wir wollen kein Michael Wendler im Fernsehen, aber ja. Also generell verstehe ich aber nicht, wie sie überhaupt ihr Leben gerade leben darf. Sie durfte zur New York Fashion Week. Sie ist auch bei einer Show gelaufen. Sie hat Partys gefeiert, wo sie selber Veranstalterin war, gemeinsam mit Pornhub. Das muss ich ja sagen, ne? Wenn man so ausgestoßen wird von der Gesellschaft, dann kann man wirklich mit diesen, nicht marginalisierten, aber mit diesen zwielichtigen, auch nicht zwielichtigen, aber mit diesen Unternehmen wie Pornhub halt arbeiten. Weil mit denen will ja keiner arbeiten, also schließen sich alle zusammen. Ist eigentlich voll gut. Ja, ja. Die Verstoßenen treffen zusammen. Aktuell muss sie für ihr Bleiberecht halt ja noch kämpfen. Deswegen mal gucken, was passiert. Okay. So jetzt zu Dancing with the Stars. Die Reaktion auf ihre Teilnahme in der Show war halt groß. Deswegen wollten wir überhaupt darüber sprechen. Weil wir dann halt auch das gepostet haben, gesagt haben, so geil, dass sie da mitmacht. Wo dann auch einige auch gefragt haben, so hey, die hat doch ihre Freundin beklaut und hey, die ist doch eigentlich voll problematisch. Und ich so, ja, stimmt aber. Irgendwie finde ich es eigentlich gar nicht. Das ist echt doof. Und man muss aber halt auch einfach sagen, dass das White Privilege ist. Muss man einfach sagen. Ich habe noch nie von einer schwarzen Person oder generell POC, dass so eine Situation erlebt. Ja. Ja. Und vor allem Schauspielerin Whoopi Goldberg und jetzt auch Moderatorin der Show The View hatte kein gutes Wort über sie verloren. Sie versteht halt nicht, wie ihr die Erlaubnis gegeben werden konnte, dort mitzumachen, wenn doch auch vor allem so viele migrierte Familien darum kämpfen, ihre Verwandten aus dem Eis-Gefängnis zu befreien. Ja, das ist krass. Wer Orange is the New Black geschaut hat, der weiß ja, oder hast du das gesehen? Weiß ja ungefähr, wie schlimm das da halt auch ist. Wie Menschen verachten das ist. Und habe ich mir so ein bisschen angeguckt, was Eis nochmal ist. Also die wurden nach den Terroranschlägen des 11. September gegründet. Während der Obama-Administration wurden Menschen priorisiert, die halt illegal ins Land eingewandert sind, die aber ernste Verbrechen begannen haben. So, okay, so die Leute wollen wir halt nicht so, I get it. Unter Trump wurde das Ganze halt richtig radikalisiert und es wurde einfach jeder getargetet, der irgendwie eingewandert ist. Ach krass. Und die haben, also generell haben sie es Leuten halt super schwer gemacht. Und das sind aber nicht die gleichen, die wirklich an der Grenze warten und mexikanische oder so illegale Einwanderer irgendwie auffangen. Da gab es ja richtig schlimme Videos dazu. Oh. Aber genau, wollte ich nochmal ganz kurz erwähnen. Und naja, Anna Davy chillt halt auf Partys und ihr scheint es halt irgendwie, weiß nicht, ist das egal zu sein, aber es ist halt so diese Joxyposition zwischen wirklich Leuten, die nicht rauskommen und sie feiert halt die ganze Zeit Partys und so. Das ist wirklich wild. Vielleicht liegt es daran, dass sie auch einfach diesen Celebrity-Status hat. Das auch. Und dass man mit ihr Geld verdienen kann. Ja. Das auch. Oh, okay. Genau. Der Cussing-Director der Show von Dancing with the Stars sieht halt kein Problem, weil die hat doch ihre Zeit abgesetzt. Ich zitiere, Anna ist für viele Menschen faszinierend. Viele haben die Dramen über ihr Leben gesehen und ihre Geschichte verfolgt. Also denke ich, sind die Menschen grundlegend neugierig auf sie. Verstehe. Verstehe ich. Ich glaube, die Leute wollen sie wirklich sehen. Ja, sie hatte die Probleme, die sie hatte, aber wir hatten auch andere Leute in der Serie, die in der Vergangenheit kriminelle Probleme hatten. Sie haben ja ihre Zeit abgesessen. Ja. So, und dann dachte ich mir so, echt, habt ihr? Ja. Okay. Und es gab tatsächlich vorbestrafte Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Paula Dean zum Beispiel, das ist in den USA eine super berühmte TV-Köchin. Vielleicht kennen sie einige von euch. Und sie war in der Vergangenheit wegen rassistischen Ausdrücken aufgefallen. Und deswegen haben halt auch Sponsoren die Zusammenarbeit mit ihr gekündigt und so. Floyd Mayweather, der Boxer, der hatte auch eine kriminelle Vergangenheit, der fiel durch mehrere Vorfälle von häuslicher Gewalt auf. Er verbrachte auch 2012 zwei Monate im Gefängnis, nachdem er sich schuldig bekannt hatte, seine edelmalige Partnerin Josie Harris geschlagen zu haben. Okay. Und das finde ich halt krass. So rassistische Äußerungen, häusliche Gewalt. Ich denke mir, Anna war halt einfach so jung und naiv. Das ist jetzt sehr habenlos dargestellt, aber ich finde schon einen Unterschied, ob du jetzt einfach Geld geklaut hast oder ob du halt wirklich deine Partnerin geschlagen hast. Sean Spicer, der war der frühere Pressesprecher des Weißen Hauses unter Donald Trump. Völliger Vollidiot. Der fiel zwar nicht kriminell auf, war aber halt unter, also bei zahlreichen Kontroversen während seiner Amtszeit verwickelt. Insbesondere wegen Verbreitung von Falschinformationen. Und das ist halt echt harter Tobak. Und dann Carole Baskin. Carole Baskin. Eieieieieiei. Wie ist das Lied nochmal? Carole Baskin. Keine Ahnung. Killeder Husband. Irgendwie so. Oh mein Gott. Die kam ja bei Tiger King ja vor. Genau. Und ihr hat man ja dann auch später vorgeworfen, dass sie ihren eigenen Mann umgebracht habe, weil er ja auf einmal weg war. Ja, ja. Und den Löwen zum Futter. Genau. Und sie wurde ja nie verurteilt oder so. Aber die Öffentlichkeit hat sie halt bis sowas von verdächtigt. Aber das finde ich wiederum, also ich weiß gar nicht, ob der Mann wiedergekommen ist. Da war irgendwas. Ach, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr. Nee, aber das ist dann halt, ja okay, gut, man kann es ja halt vorwerfen. Aber bei Floyd Mayweather und Paul Ledeen dachte ich mir, naja, ein bisschen problematisch das Ganze. Die erste Sendung wird am 17. September ausgestrahlt, also heute. Das heißt, die Clips werden schon zirkuliert sein von ihr. Und ich bin sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass Anna so weit kommt, weil sie scheint mir nicht so, weiß ich nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass sie vielleicht so gut tanzen kann oder so, aber ich lasse mich überraschen. Sie hat auf jeden Fall, also sie trainiert aus. Ja. Ja. Gucken wir mal. Ja, wir gucken es uns mal an. Jetzt kommen wir zu der Freundin, von der wir gesprochen haben, die sie ja beklaut haben soll oder eigentlich auch beklaut hat. Okay. Denn, kennen wir alle Rachel Williams? Kennt ihr die noch? Von der Serie? Ja. Ich habe die Serie halt nicht geguckt, aber das ist die Ex-Bestie. Ah, okay. Die Ex-Bestie, genau. Es läuft nämlich noch ein Gerichtsverfahren. Es war nicht per se gegen Anna, aber halt gegen Netflix. Ja. Weil sie hat Netflix angeklagt, weil sie es fand, weil sie es blöd fand, wie sie dargestellt wurde. Weil sie wurde halt schon so ein bisschen so als die, ja, die Person dargestellt, die ihre eigene, also sie soll quasi Anna ein bisschen ausgenutzt haben für ihren Fame, für ihren Reichtum und so und wurde nicht so dargestellt, wie sie es selber halt sieht, als die Person, die halt nun mal durch sie 60.000 Dollar Schulden bekommen hat, ne? Ja, deswegen, also wie gesagt, Anna Delvey war nicht jung und naiv. Sie hat ganz genau gewusst, was sie getan hat. Ja, eben. Die ist eine Kriminelle. Aber wir wissen ja, dass Amerika kein Problem mit Kriminellen hat. Also bei aller Liebe. Haben die nicht. Die feiern Kriminelle. Das ist... Deswegen, so witzig ich das Ganze auch finde, boah, wäre das in Deutschland, hätte ich gesagt, ey Leute, come on. Ja, ja. Die ist eigentlich eine Trickbetrügerin. Die ist eine Verbrecherin. Das ist sie auch. Und ich glaube, dass wir sie vor allem iconic finden. Also die Generationen hier, Jen Zila, finden ja total iconic, weil sie halt auch so eine... Sie gibt halt keinen Fick da drauf, dass sie das gemacht hat. Ja. Ist das egal. Ja. Und die hat einfach diese Attitude, die ist halt so ein bisschen Mean Girl mäßig. Die wirkt auch leicht weird. Die hat so alles, was man so iconic in einer so... so einer bösen Frau findet. So einen Superwillen, sage ich deswegen auch. Das stimmt. So einen Superwillen. Aber sie hat ja ihre Zeit wirklich abgesessen. Hat sie. Deswegen kann man ihr verzeihen dann. Aber halt sie... Aber sie zeigt keine Reue. Sie zeigt keine Reue. Und ich glaube, sie wird es nochmal machen. Die braucht sie ja gar nicht mehr. Ja, aber... Die kriegt ja Geld. Das hat reiche Menschen nicht davon abgehalten, andere um ihr Geld zu betrügen. Ach so, da war es so richtig so Steuerhinterziehung und so ein Bedürfnis. Ich kann mir vorstellen, dass sowas nochmal passieren wird und das in fünf oder zehn Jahren, dass sie wieder im Knast ist. Und dann beraubt sie den Staat und dann wird es böse für sie. Weil da versteht der Staat keinen Spaß. Ja. Also mich wundert sowieso, dass sie nicht so lange ins Gefängnis gekommen ist, weil sie ja auch wirklich Banken und Unternehmen halt gestohlen hat. Ja. Aber gut. Mhm. So, das Gericht ist gerade... Also das Verfahren läuft schon seit letztem Jahr. Fordert gerade von der Journalistin Jessica Pressel, die damals auch, wie auch in der Serie, Anna interviewt hat und ihre Geschichte erzählt hat, ihre Notizen. Und sie arbeitete auch bei der Netflix-Show halt als Consultant. Deswegen war sie da schon sehr involviert. Williams schrieb über ihre Erfahrungen mit Anna, halt ja auch dieses Buch, My Friend Anna, wo sie halt auch darauf eingeht, welche psychologischen Probleme diese Zeit mit ihr halt, also für sie verursacht haben. Und so, ja, man kann halt überlegen, okay, in der Serie wurde sie halt so dargestellt, so dass sie halt so sehr naiv war und halt eigentlich so ein bisschen opportunistisch war. Und dann dachte so, geil, ich kann durch Anna halt die und die Möglichkeiten bekommen, dann waren die ja auch in Morocco, wo sie ja dann halt diese Schulden gemacht hat, weil sie musste ja für alles bezahlen, im Glauben, dass Anna sie zurückbezahlen wird. Und ich finde aber trotzdem, man kann ihr halt nicht vorwerfen, opportunistisch gewesen zu sein, weil Anna ja auch mit diesem ganzen Bling-Bling ja auch so angezogen hat. Und sie war auch per se nicht so die beste Freundin, deswegen kann ich mir schon denken, ja okay, Rachel, warum hast du dich auf sie eingelassen? Aber trotzdem, es ist nicht fair, was sie gemacht hat, das war nicht richtig und sie wurde bestohlen, aber ihr wurde halt gerichtlich nie recht gegeben. Deswegen versucht sie es jetzt auf diese Weise, weil sie hat Anna nämlich schon mal angeklagt, also in diesem ganzen Gerichtsverfahren, auch mit den Unternehmen, aber ihr wurde genau nie recht gegeben. Krass. Ja. Oh, okay. Am 4. Oktober 2024, also ein paar Wochen, wird Anna Davy selber aussagen bei dem Gerichtsverfahren. Deswegen mal schauen, also wir werden es auf jeden Fall beobachten, wie das Ganze halt ausgeht, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie recht bekommt. Weil Netflix ist ein Riesengigant, die machen, was sie wollen, die dürfen sagen, was sie wollen, denen war das ja auch egal mit dem Netflix-Special von J.F. Chappelle oder diese transfeindlichen Aussagen gemacht hat und so, mussten die auch nicht runternehmen, denen ist das alles egal. Ich finde es halt eh krass, wurde, das könnten wir auch recherchieren in dem Deep Dive, von über den Film sprechen, hat sie ja ein Verständnis gegeben, dass man über sie, also wenn, wenn so große Produktionsfirmen und große Sender dann so echte Geschichten, in denen die Menschen noch leben, verfilmen, müssen sie sich nicht das Recht einholen, über all diese Menschen zu schreiben? Ich glaube nicht. Schreiben, weil, wow, das ist krass. Ja, also, genau, wir müssen mal recherchieren, ob sie es hatte. Genau, ich will nicht wissen, was sie auch für Nachrichten und so bekommt, wenn sie auf diese und jene Art porträtiert wird, ne? Das sowieso. Ich könnte mir vorstellen, dass man sich so ein bisschen rausfinden kann mit, diese Geschichte basiert auf eine wahre Geschichte und vielleicht wurden genug Dinge verändert, damit sie es machen durften. Das kann gut sein. Ich weiß es halt nicht. Wild. Ja, ja, also ich wäre auch, ich wäre auch pisst, auf jeden Fall. Also ob Rachel eine gute Freundin war oder nicht, ist egal, ist, sag mal, dahingestellt, aber es war nicht fair. Ja, uiuiuiuiuiui. Deswegen, genau, das schauen wir uns dann halt an. Ja. Wir schauen uns Dancing with the Stars an und verfolgen mal ihre Karriere und fragen uns, dürfen wir sie feiern oder nicht? Genau. Könnt ihr mal ein bisschen eure Meinung kundtun? Wie findet ihr eigentlich diese ganze Aktion? Könnt ihr das nachvollziehen den Hype um sie oder sagt ihr ganz klar, nee, sie ist eine Verbrecherin, sie hat zu ihrer Zeit abgesessen, aber der sollte man keine Plattform mehr geben. Und genau, dann habt ihr Lust auf den Deep Dive. Ja. Ansonsten folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter okitschapodcast. Hört den Podcast an, gebt die Bewertung ab für Maria. Wir wollen für ihren Geburtstag 4,6 Sterne. Am 7. Oktober ist es soweit, da wirst du 31. Deswegen macht ihr das Geschenk, macht uns das Geschenk. Auf Spotify bitte. Auf Spotify. Einfach für Sterne. Ja. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Ok. Ciao. Ciao. Untertitelung. BR 2018